Hallo ihr Lieben, ich zeige euch, wie ich mache einen super leckeren und gesunden Saft mit Bananen, Haferflocken, Zitrone, Apfel und Honig optional. Dieser Saft ist super gesund. Für die Schmerzen an den Gelenken verschwinden die Schmerzen durch dieser Saft nach einiger Zeit. Schaut euch an, ich habe alle klein geschnitten, die Zutaten in Mixer gegeben, dazu 400 ml Wasser, alles gemixt und dieser Saft ist fertig und wenige als 2 Minuten. Trinke jeden Morgen vor dem Frühstück ein Glas von diesem Saft. Probiert mal aus, es wird euch helfen und gut gefallen. Bleibt gesund und einen wunderschönen Tag für euch. Bis zum nächsten Mal.